Hallo meine Lieben, hier mal wieder ein interessantes Objekt, denn dieses Objekt hat verschiedene Sachen, die sehr interessant sind. Ich habe ja oft, wenn ich mit meinen Kunden unterwegs bin, suchen wir ja immer das, wenn möglich, das Perfekte oder so nah wie möglich am Perfekten, was der Kunde sich vorstellt. Und wir sind auch manchmal fündig. Ich sage dann immer, ja gut, das ist das fast Perfekte, aber wenn der Kunde sagt, das ist für ihn das Perfekte, das freut uns natürlich umso mehr. Und ich hatte aber schon mal einen Fall, da haben wir die Kunden fast eine Woche lang täglich 5, 6 Objekte gezeigt. Wir waren alle dann tot. Das ist wirklich anstrengend, Leute, so Objekte anschauen, das ist nicht wie Urlaub oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann fast schon aufgegeben, die Kunden haben das aber bezahlt. Wir haben sie auch vom Hotel abgeholt und wieder zurückgefahren und für Benzin und unsere Zeit haben sie das bezahlt. Und ja, das wird natürlich verrechnet, falls jemand was kauft. Und in dem Fall hat es dann am Ende doch noch geklappt. Ich habe schon gedacht, mit diesen Kunden wird es glaube ich nichts. Das ist zu speziell. Aber wir haben dann doch was gefunden. Und hier dieses Objekt ist auch so ein Fall. Das könnte einigen gefallen, denn manchmal bekommen wir die Anfrage, ob wir nicht etwas in einem topmodernen Objekt haben in Mahmudlar. Ich sage zwar immer, mein Fall ist Mahmudlar nicht unbedingt, aber ich verstehe es, wenn man dort wohnen möchte, weil halt da alles gibt. Und mittlerweile bin ich auch der Meinung, was soll es, was einem gefällt, dann warum nicht? Also auch ich würde mittlerweile nicht Nein sagen, wenn ich ein tolles Objekt finden würde. Und dann gibt es halt die Kundschaft, die halt dann sagt, ja, aber maximal im zweiten Stockwerk, weil falls mal der Aufzug kaputt geht und so weiter und so weiter. Und direkt am Meer wollen sie haben, auch wenn es laut sein mag, weil ich halt immer darauf hinweise, direkt am Strand ist es halt nun mal lauter. Sowas gibt es halt auch alles selten, wenn es also neu sein muss und auch modern. Älteres gibt es schon günstiger im ersten, zweiten Stockwerk. Und was ist günstiger? Es gibt es, darum geht es, manche Leute würden alles zahlen, wenn sie das Perfekte finden könnten. Und hier haben wir etwas, das ist im ersten Stockwerk, direkt am Strand. Und topmodern hat, habt ihr ja schon gesehen, das Parkhaus sogar. Und die Wohnung ist topmodern, topmodern ausgestattet. Und nur erster Stock, wie gesagt. Und das ist eine Dreizimmerwohnung hier, das ist die Aussicht. Also man sieht direkt das Meer. Es ist aber laut, aber wie gesagt, manchen stört das nicht. Und in diesem topmodernen Objekt sind die Wohnungen alle sauteuer. In diesem Fall kostet diese Dreizimmerwohnung 95.000 Euro. Wie immer, vor Ort kann man vielleicht, also was heißt, kann man, man kann auf jeden Fall immer am Preis was machen. Auch wenn es nur 100 Euro ist. Also es geht immer was. Manchmal geht es mehr, manchmal weniger. Also 95.000 Euro, aber wie gesagt, es ist topmodern, hat Vollausstattung, Indoorpool bis Hammam, Sauna und so weiter. Und ja, in dem Fall muss man halt Gardinen hinmachen, damit man im Sommer nicht zu sehr aufheizt. Im Winter freut man sich natürlich über die Sonne. Da braucht man keine Heizung anmachen. Also alles hat immer zwei Seiten. Ja, das Bad ist auch topmodern. Und das ist das andere Schlafzimmer. Hier hat man die Sozialbehinderten, Sozialbehinderten. Ich will nicht Sozialanlagen sagen. Was haben wir gesagt? Gemeinschaftsbereiche. Genau, so kann man es sagen. Sozialanlagen. Mensch, hört auf mit dem Scheiß Sozial. Sozial muss wieder raus aus dem Wortschatz. Wenn ich schon Soziale Partei Deutschland höre, ein Schwachsinn. Alles ist verdreht mittlerweile. Also ihr seht, man hat hier wirklich wunderschöne Bereiche und die Küche ist im Wohnzimmer mit drin. Und topmodern, stylistisch und man muss halt sein Zeug kaufen und alles einbauen. Okay, also wer Lust hat, für dieses topmoderne direkt am Meer Objekt für 95.000 Euro, der soll sich melden. Da kann man dann schon ein schönes Leben haben, denke ich mir mal. Okay, so viel mal von mir. Viel gelabert. Wenig gezeigt. Aber Balkon wunderschön. Die Aussicht wunderschön. Wer Straßenlärm nicht mag, braucht ihr gar nicht sich melden. Vielen Dank für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Video.